hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge nightingale schön dass ihr wieder mit dabei seid weiter geht es bei uns an der basis wir werden unseren steg bauen und hinterm haus möchte ich auch noch mal ein bisschen erweitern die terrasse um ein oder zwei reihen dass wir da genug platz haben sachen anpflanzen zu können sobald wir das erste getreidesaat gut finden und die angel möchte ich auf jeden fall ausprobieren dann können wir oben unsere kochstation noch mal erweitern um das rezept für gegrähten fisch und auch gleich mal ein bisschen fisch durch brutzeln und je nachdem wie es von der zeit passt würde ich in dieser folge auch gerne los auf die nächste erkundungstour aber das gucken wir dann je nachdem wie gesagt wie es von der zeit passt gehen wir auch noch mal los moin ida bist du auch bereit erst mal steg aufbauen ein bisschen haus erweitern und dann angeln auf jeden fall und dann mal gucken eventuell eben auch noch mal los das sehen wir dann jetzt fangen wir erstmal gemütlich an am besten vielleicht mal damit dass wir uns überhaupt erst mal die angel bauen was brauchen wir denn für die angel wir brauchen einmal holz zweimal tierfaser einmal knochen alles klar das gehen wir doch hin halt holzbündel einmal holz zwei tierfasern zwei tierfasern und einmal knochen was haben wir denn ein knochen zehn ausdauer oder plus zehn prozent gesundheit dann würde ich sagen lieber mal ausdauer ein knochen sehr schön damit sollten wir alles haben wie soll ich papier in der tasche habe ich das rausgenommen aus versehen oder nee ich wollte schon mal ein paar karten vorbereiten glaube ich auch wir können auch gleich noch mal ein paar karten vorbereiten schon so jetzt machen wir erstmal die angel alles klar wir haben es zack sehr schön ich bin gespannt wie es funktioniert dieser erst müssen wir unseren steg aufbauen klein bisschen habe ich schon angefangen zumindest mit dem oberen teil der aus steinen werden soll das stück was jetzt runter zum wasser führt das bauen wir aus holz jetzt zusammen und unser garten hat auch schon ein bisschen form angenommen wie unser kleiner vorgarten ich habe das noch ein bisschen umgesetzt jetzt hier die beete wirklich sauber hier in der ecke angesetzt unsere regenton rüber zum haus mittlerweile hat es noch einmal geregnet und auch hier wieder nur so ein kleines detail aber auch wieder das mit viel liebe zum detail eben wie das wasser in den in den regenton drin steht ansonsten habe ich alles was wir haben oder hatten an saatgut habe ich zwei pflanzen von eingefahren sind jetzt hier zweimal kappaloe zweimal die dalien und zweimal die sonnenblumen hier drüben kommen auch noch ein paar beete daneben da können noch zwei mehr daneben damit wir auf beiden seiten vier haben platz haben wir immer immer noch genug hier drüben auf der seite so und hier will ich jetzt um ja vielleicht sogar wirklich um zwei reihen nochmal erweitern dann haben wir hier auf jeden fall auch genug platz um dann später getreide an zu pflanzen wie gesagt hier oben so ein kleines stück angefangen bis hier raus und ab jetzt soll es eine etage weiter unten zum wasser gehen ich hoffe wir kommen mit den holzpaletten holzpaletten holzfundamenten hier rüber nicht dass der stein da irgendwie durchragt weil ich will nicht auf der höhe weiter bauen wir sind auf der höhe von zwei fundamenten hier und das ist mir zu hoch dass wir hier unten auf der höhe halt weiter raus gehen mal sie nachdem wie weit wir überhaupt rausbauen können ich glaube so ungefähr bis da da wird wasser zu tief wahrscheinlich treppe hier runter unten vielleicht noch so ein bisschen verbreitern dass wir so eine kleine plattform haben und dann so wie so eine kleine fischerhütte stellen wir uns da drauf aber wir machen ganz in ruhe wir finden unseren vorgarten die echt schon mal schön schubkarre ist übrigens wirklich nur deko hier ist zwar eine erweiterung aber nicht für die beete und wir haben auch keine rezepte dafür ist eine erweiterung für werkbank die bank und für die verzauberungsfokus aber ich finde die passt hier einfach gut hin das werden wir auf jeden fall auch öfter mal machen das war ein paar von diesen erweiterungen auch hier und da mal einfach als deko objekt benutzen beleuchtet wird ich auf jeden fall noch draußen am haus haben ich weiß nicht ob an den etwas längeren seiten oder hier an den kurzen seiten auf jeden fall müssen wir hier an den seiten noch wandleuchten anbringen so jetzt aber erstmal der reihe nach wir machen erstmal den steg leute das heißt hier einmal runter drüber bauen können wir auf jeden fall weil hier sind auch schon mal die steine im weg gewesen da konnte ich auch drüber bauen das heißt es sollte nicht das problem sein dass wir da jetzt drüber weg bauen wenn er mich hin auf die bauteile lässt da auch schon wieder alles aufgeklappt hier macht zu da so hier holzfundamente 1 2 gucken wir erstmal ob es überhaupt passt ja leute das sieht gut aus das geht drüber alles klar okay ich wollte sagen wir können weiter raus machen als ich dachte in den kümmern doch nicht okay bis dahin kommen aber das reicht ja eigentlich auch schon lass mich mal hier oben gucken so können wir hier neben noch und daneben und daneben ja super das reicht doch wenn wir das hier dann noch erweitern können wir ja gleich schon mal machen so dann könnten wir hier eine holzwand fenster fenster holzwand nach vorne offen nach vorne offen holzwand fenster fenster und nach hier wieder eine holzwand hier auch wieder offen vielleicht mit holz säulen dann aber erstmal bauen wir das soweit fertig dann gucken wir was wir noch an material über haben steintreppen haben wir leider noch nicht das heißt wir müssen erstmal mit den holztreppen arbeiten aber ich glaube ich passt doch besser weil wir unten ja auch heute mit holz weitermachen hier mit unserem steg so willst du da mal rangehen treppe ah warte jetzt nur einmal andersrum wenn es geht lässt sie nicht drehen warum lässt die sich denn da jetzt nicht ransetzen hallo versuchen wir gleich von oben zack einmal rauf hier ja guck mal sieht doch aber jetzt schon gar nicht schlecht aus da jetzt noch ein kleines häuschen drauf vorstellt lagerfeuer rein kleine tasche mit den angelsachen irgendwie so alles klar was brauchen war 96 holz stimmen doch 81 stöcke und 64 fasern alles klar das schön ist hängt ja alles zusammen jetzt hier ist ja ein bauwerk das heißt wir brauchen nicht hin laufen wir können einfach aus den kisten rausnehmen hier aufs fundament gucken und die teile reinpacken ist auch sehr gut gemacht da muss ich immer daran denken dass ich das nicht vergesse dass ich nicht immer hinrennen muss zu den sachen so das heißt wir nehmen schon mal holz raus schmeißen das da rein zack das war alles an holz auch so packen wir hier erstmal noch mal weg das papier machen gleich dann karten so dann brauchen wir fasern das dürfte alles an fasern gewesen sein und wir brauchen stöcke zack sehr schön leute guck mal raus das müsste unser stieg fertig da stehen halt tinte war hier drüben so ach so warte mal unsere angel können wir die aufwerten ja wie gut dann werden wir doch unsere angel einmal auf sehr sehr gut okay das test das test waren auch gleich mal aus jetzt gucken wir mal dass wir hier oben noch erweitern das stück aber da sollten wir auf jeden fall genug stein haben das heißt wir nehmen jetzt hier mal die beiden weg und natürlich müssen wir können wir die eigentlich umsetzen hier die geländer kann man die bewegen die kann man nicht okay die müssen wir alle abreißen wir kriegen das material wieder raus ach so wie weit gehen wir jetzt hier eigentlich gehen wir bis hinten zum portal oder erst mal nur auf der höhe vom auf der höhe vom haus ich würde sagen wir erweitern erst mal bis hier wir können ja später immer noch weiter raus gehen aber jetzt machen wir erst mal bis hier das heißt hier kommen wieder wo haben wir sie denn sind unsere stein fundamente da das heißt wir gehen bis hier und dann zwei reihen weit raus dann haben wir hier auf jeden fall genug platz um hier getreide anzupflanzen wie gesagt noch haben wir ja kein sarg aber sobald wir welches finden haben wir dann auf jeden fall schon mal den platz dafür so sehr schön was brauchen wir 60 steine ach so warte mal geländer kann man ja auch gleich dazu setzen das kann wir auch schon drauf bauen jetzt hier wieder halt da außen geht es jetzt lang so super gar nicht schlecht jeder was sagst du sie doch gar nicht so übel aus so das heißt wir brauchen nicht nur sollte kiste nicht wegnehmen das heißt wir brauchen steine zack und wir brauchen auf jeden fall wieder noch holz ne holz brauchen wir nicht moment ach wir hatten das material noch in der tasche form vom abreißen alles klar okay super da kann man auf jeden fall irgendwie wenn wir hier aus und wieder an sind mit sicherheit so rüber und dann vielleicht sogar noch eine doppelte reihe hier auf jeden fall genug platz erstmal so und das hier unten ist auch soweit okay ich glaube wir haben sogar noch genug material dass wir schon anfangen könnten so ein kleines fischer hüttchen mal drauf zu setzen hier was ist das für ein fenster primitives gitterfenster wo haben wir das denn her leute primitives gitterfenster was kosten das auch nur steinblock und holzbündel okay und was denn das für ein stein obergeschoss wir haben stein obergeschoss haben wir auch stein treppen auf einmal nee wo haben wir den habe ich irgendwas verpasst stein torbogen wie cool für den außenbereich leute so ein halb offenen werkstatt bereich auch wie gut das aber auch mal stein alles klar alles klar okay jetzt brauchen wir trotzdem unsere fischerhütte aus aus holz das heißt mal fenster und zwar hier an die seite kommen fenster nach vorne raus kann eigentlich auch 1 leute so und nach hinten raus machen war einfache wände so mehr brauchen wir schon gar nicht da jetzt ein dach drauf ach so aber wir können ja auch haben ja auch hier warte mal warte mal wo 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 haben wir die dinger her leute wir können auch wie gut ne jetzt kann man richtig anfangen jetzt kann man richtig anfangen zu bauen wir haben eine innenliegende dach ecke jetzt können wir auch elfförmige häuser bauen und überhaupt häuser die um die ecke abknicken dachgauben kann man jetzt bauen oder oder moment haben wir haben wir haben wir auch so eine geschlossene ecke rüber wir haben keine einzelnen dreieckigen dachteile noch nicht ne aber trotzdem damit kann man schon viel anfangen leute wie cool ich weiß nicht ob wir hier jetzt noch einen riesen umbau starten weil das häuschen finde ich ganz gut aber wir wollen ja sowieso doch in mehreren welten wir wollen ja noch in mehreren welten uns was aufbauen wie gut wieder was sagst du dazu so wir können ja mal den hier einfach nehmen so ganz einfach und so jetzt mal gucken ob wir dazwischen dach anbringen können ob wir vielleicht tatsächlich irgendwie die stützpfeiler aufbauen müssen wo haben wir denn die einfachen dächer jetzt dächer wo seid ihr das sind die treppen wir haben doch hier sind ja stein treppen leute die habe ich nicht wo haben wir denn die teile her ich habe keine ahnung gab es ein update mit mehr bauteilen kann das sein da sind unsere normalen dächer übrigens ja lässt er uns so setzen muss kein pfeil dazwischen guck mal das ist unsere kleine fischerhütte noch ein lagerfeuerchen schon mal rein hier äh grundlagen lagerfeuer kann ja hier so stehen zack schon mal das vielleicht auch schon mal ein regal irgendwie rein wo wollen wir denn regale hier irgendwie vorne an die seite oder oder vielleicht eher an die seite hier so hier kann regal stehen zack vielleicht auch irgendwo noch ein tisch hier hinten dass wir hier ein bisschen einrichtung drin haben oder vielleicht auch wo wir vielleicht auch einfach ein paar sachen drauf stellen so hier kann ruhig noch ein tisch stehen ok was brauchen wir hier wieder stöcke holzbündel und pflanzenfasern können wir ja auch alles von drinnen fertig bauen läuft doch gut unserem häuschen wird doch immer gemütlicher hier aber gerade die neuen bauteile sind natürlich so gut so gut da wird es dann noch ein paar baueskalationen geben das kann ich schon mal sagen ähm was wollte ich ich wollte stroh und holz und holzbündel zack ok er hat 100 stroh verbaut 100 fasern und sogar noch ein bisschen was dann oh ida ida du stehst ein bisschen im weg das holz mal gucken ob wir noch mehr brauchen nee das war das und dann brauchen wir zwei bauholz für den tisch und sechs kleine steine fürs lagerfeuer jup sehr schön ich finde es auch gut dass die pflanzen übrigens nicht kaputt gehen man kann es also so stehen lassen wenn man sich einmal einen schönen garten bepflanzt hat ach guck mal hier unser kleines fischerhütchen ist doch gar nicht schlecht aber machen wir vielleicht doch noch hier zu oder wollen wir das so offen lassen so halb offen wie es jetzt ist ach so ich habe mal dings vergessen jetzt das regal ne da brauchen wir auch noch mal zwei bauholz hätte ich noch zwei bauholz mehr mitnehmen müssen die drei bauholz sogar für das regal ok ach doch aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht mal gucken wir probieren ja gleich mal das angeln jetzt auch aus mal sehen wie das funktioniert dann können wir eben oben noch unseren unseren kochbereich erweitern wenn man fisch gefangen kriegen heißt es gibt noch mal drei bauholz die steine kannst du rausschmeißen so und vielleicht leute wenn wir schon mal grad hier sind lass uns doch mal eben hier auch ruhig noch klappt das mal alles ein hier ruhig noch die zwei beete hier setzen mhm naaa so die kosten ja auch jeweils nur was kostet und die Ida du hast doch ein talent immer mit in die baustelle rein zu laufen ich glaube die will mich ärgern Ida bist du sauer willst du mich ärgern ja sagt sie ja will ich ich bin sauer aber Ida ich bin letzte nacht aus versehen auf deine Bettseite rüber gerutscht ich drehe mich im schlaf können wir ja auch noch fertig bewegen wenn es fertig gebaut ist so dann brauchen wir nochmal acht bauholz ich glaube Ida ist ein bisschen angefressen wir müssen hier doch noch ein einzelnes Bett bauen ähm halt hier gibt nochmal acht bauholz dazu so sehr schön achso und hier haben wir jetzt unser Saatgut ne und äh was pflanzen wir nochmal an wir pflanzen nochmal eine Sonnenblume ruhig an und nochmal so eine Dahlie Gießkanne haben wir auch hier jetzt wie gesagt schön dass die Sachen doch draußen stehen können auch einfach so hier machen wir dann die Sonnenblume rein achso es regnet ja gerade wir werden die jetzt eigentlich gegossen können wir gleich mal sehen ja brauchen wir gar nicht alles klar super das funktioniert sehr schön dann kann die Gießkanne gleich wieder rüber Saatgut auch Gießkanne hier rein sehr schön dann haben wir noch die drei Bauholz für das Regal hier draußen warte mal wir nehmen gleich noch ein paar Faser mit können wir gleich Taschen reinstellen und noch ein paar Dochte dann können wir auch gleich Kerzen noch aufstellen und Beleuchtung am Haus außen wir müssen gucken was wir da brauchen so halt falsche Richtung nehmen hier gleich nochmal ein paar Fasern mit und hier das sind die besseren nehmen wir die einfachen mit so die da wir bauen Fischerhütchen guck mal ich find's aber echt gut und wirklich die Schubkarre gefällt mir richtig dazu irgendwie das passt schon so unser kleiner Vorgarten und unser kleiner unser kleiner Fischer Unterstand zack fertig dann Lager machen wir mal da oben rein und ganz oben kommen Kerzen drauf und irgendwie in der Mitte vielleicht auch noch wir brauchen ja hier nur einen Korb würde ich sagen da kommt erstmal nur die Angel rein so so Licht brauchen wir noch zack da kann hier eine hin und da und obendrauf sind wir ein bisschen schwierig ah so geht's sehr schön dann stellen wir hier noch eine hin so zack zack super gar nicht schlecht hier können auch noch Sachen irgendwie auf den Tisch würde ich sagen müssen wir mal gucken da kann vielleicht auch irgendwie noch einfach so eine Teekanne hin und mal sehen was wir noch haben an Sachen gucken wir mal ich glaub da wir haben auch noch einen Krug ne einfachen Krug haben wir noch gar nicht gebaut die könnte man hier noch hinstellen so Stühle haben wir auch schon dann verstellen wir auch ein paar Stühle auf ich glaub man kann zwar nicht drauf sitzen aber wir können ja aber trotzdem ein paar aufstellen und wir könnten nebenbei mal was essen haben wir uns eigentlich kurz mal ein klein bisschen ausgebissen die sind ja völlig ausgepowert wenn wir jetzt angeln wollen brauchen wir glaub ich Ausdauer halt hier sollst du noch ein Stück davon essen Ida was sagste einmal Angelglück versuchen haben wir ja schon in der Tasche ne pack mal auf die 5 haha gefällt mir gefällt mir jetzt schon vom Aussehen so ok was haben wir in der Tasche was wir wegschmeißen müssen doch hier die Fasern und das alles klar brauchen wir irgendwas jetzt hier müssen wir Angelschnur eigentlich haben oder Köder oder sowas sieht nicht so aus ne nö alles klar dann gehen wir los ach guck mal hier die nächste Sonnenblume ist schon rausgewachsen was hatten wir hier jetzt noch eine ach guck mal da ist sie schon und noch eine Dahlie ach warte mal hier oben ist noch nicht fertig können wir auch nebenbei gleich mal aufstellen wenn wir hier gerade vorbeilaufen ähm bauten primitiv Holzgeländer soll ja schon zumindest bis hier oben fertig sein unten am Steg muss nicht unbedingt aber hier oben so ach Feuerholz können wir hier noch reinschmeißen können wir hier gleich Fische durchbrutzeln ok rechtsklick äh linksklick und oh wei das war glaube ich gar gar nix ich glaube der ist am Hausdachheng kann das sein oh man kann ich die wieder wie hole ich die jetzt wieder ein gar nicht wahrscheinlich einfach mal die Waffe wechseln das müsste funktionieren ok dann pass mal auf dass wir hier nicht so unter das Dach knallen ok der war besser der war besser ok beißt automatisch ok jetzt kann ich auf links klicken wo will die hin oh 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 ok wir müssen aufpassen dass die Angelschnur uns nicht abreißt aber sonst Fisch erfolgreich wir haben Essenz wo ist wo ist unser irgendwas ist nicht fertig gebaut hat er gerade angezeigt oder Ressourcen hinzufügen keine Ahnung wir haben auf jeden Fall einen Fisch gefangen Regenbogenforelle sehr cool jetzt können wir oben auf jeden Fall schon mal erweitern wir brauchen nur einmal rohen Fisch ist launig Chaparrelforelle oh die haben die war auch glaube ich nur Level 10 ne haben wir auch schon eingesammelt ok das macht Laune Leute ja das ist gut Leute man muss gucken dass man so ein bisschen auf Spannung natürlich hält um irgendwie müde zu machen aber auch nicht zu sehr dass die Schnur reißt wo ist der Fisch habe ich jetzt automatisch eingesammelt ne jetzt der muss irgendwo unten hängen geblieben sein am Fundament komm das läuft doch gut das kehren wir noch ein drei Fische haben wir jetzt schon nochmal eine Regenbogenforelle schon nicht so nah da unten ran dann kriegen wir dich nicht vernünftig aus dem Wasser gezogen haben wir und guck mal wie viel Essenz das gibt hier schon zweimal Essenz bei achso ich hab gar nicht jetzt haben wir uns gar nicht mal ausgeruht und das klappt sogar ganz gut oh ja vielleicht sollte man hier auch noch irgendwie einfach nur für die Möglichkeit vielleicht so ein kleines Bett noch hinstellen dass man sich hier auch mal ausruhen kann in der Fischerhütte oder einfach nur einen Schlafsack aber ich glaube ein Bett ist eher schon besser dass wir hier noch ein kleines Bett hinstellen noch eine richtige Felllampe und dann ist das hier schon gar nicht schlecht so noch einen Versuch und dann bauen wir mal die Erweiterung auf für fürs Lagerfeuer oben und brutzeln uns oh da ist er komm her alles klar das macht laute schmeißen wir mal ein bisschen Fisch auf den Grill dann jetzt guck mal was brauchen wir denn für die Dings außer den rohen Fisch was brauchen wir denn noch Erweiterung wo sind jetzt die Erweiterungen ähhhhhhhhh Leute Einrichtung Regale Einrichtung Überleben wo sind die Erweiterungen hin Überleben Portal Lichtlager Herstellen Verbesserungen Grundlagen Bauten ausruhen Anwesen New Erweiterungen verbergen Wieso ist da ein Haken bei Erweiterungen verbergen wann habe ich das denn gemacht so da ist unser Dings das haben wir gesucht Zwirn und Bauholz Wieso kann man das überhaupt noch Wieso kann man die Erweiterungen verbergen so wir brauchen naja egal wir brauchen Fisch haben wir wir brauchen Zwirn 6 Stück und 2 halt 2 Bauholz so alles klar dann gucken wir mal dann können wir uns jetzt auch gleich mal ausruhen hier oben ach einmal Ausdauer tanken mal gucken ob es von der Reichweite überhaupt passt dass wir das hier bauen ja okay so geht's ist mit dem Lagerfeuer verbunden das heißt wir sollten das Rezept bekommen na schmeiß rein wie gut finde ich auch schon mal super ach ja doch hängt ich wollte sagen hängt das überhaupt richtig an der Wand steht zu weit ab aber ne da ist ein Sockel drunter alles klar gefällt mir Leute guck mal hier oben wird es auch schon ein bisschen so ne nach und nach werden wir das hier immer mehr einrichten und wohnlicher machen noch und unten die Werkstatt wird mit Sicherheit auch noch um einiges erweitert werden müssen dann über die Zeit weil wir haben ja wirklich richtig viele Erweiterungen für die wir noch keine Rezepte einfach haben jetzt gucken wir mal hier mal haben wir jetzt hier ja da ist er der gegrillte Fisch automatisch ne automatisch füllen brutzel erstmal die drei durch mmmm lecker lecker bisschen Kräuterbutter Salat dazu dann geht das ähm und dann haben wir noch einmal so ne Forelle hier ja brutzel die auch durch hat viel mehr Regeneration als unser Fleisch hier aber weniger gibt weniger generell als Grund als also für ausdauernd Gesundheit aber dafür viel mehr Regeneration also nicht schlecht auf jeden Fall nicht schlecht der gebrutzelte Fisch behalten wir mal in der Tasche so so weit so gut würde ich sagen was sagt die Folgenzeit ja wir könnten zumindest nochmal einen Blick riskieren in die nächste neue Welt schon mal einen ersten gucken wie es da aussieht Astrolabium Wüste war ja so ein bisschen das Ziel jetzt da waren wir noch nicht danach auf jeden Fall Versorger Sumpf weil die Versorgerwelten sich bis jetzt gut ausgezahlt haben da haben wir die ganzen Waffen bekommen Versorger Waldwelt war die Pistole Versorger Wüste war eben die Schrotflinte und Versorger Sumpf sollte eventuell dann auch ne Waffe bereithalten dann auf jeden Fall noch Herbarium Waldwelt und dann erst in die Wüste in die Herbarium Wüste so ich meine hier hatte ich schon die Karten drin für ne Astrolabium Wüste wieso erneut öffnen nur weil ich die Karten schon mal reingelegt habe ich kann es auf jeden Fall nicht zurücksetzen es muss also ne neue Welt sein Portal erneut öffnen ich kann die Karten noch nicht nochmal rausnehmen wieso sagt er mir Portal erneut öffnen wieso kann ich nicht aber wir waren doch noch nie in einer oder waren wir das verwirrt mich jetzt grad ein bisschen wir machen es mal auf mal sehen ob ich dann irgendwie zurücksetzen kann weil ich meine wir waren doch noch nicht in einer ne 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 waren wir auch nicht ah ne ich habe schon mal aufgemacht das Portal glaube ich aber wir sind nicht durchgegangen ich habe es einmal aufgemacht und das schließt sich dann immer wieder automatisch ja 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 ich habe es nur einmal schon beziehungsweise als ich die Karten das erste Mal reingelegt habe dann macht man es ja einmal automatisch auf aber wir waren doch nicht in der Astrolabium Wüste so haben wir überhaupt alles dabei bevor wir losgehen warum sagst du nix wir haben noch die Angel in der Tasche so die schmeißen wir jetzt kurz ins Anglerhütchen ansonsten würde ich sagen haben wir aber alles dabei wir haben auf jeden Fall genug zu essen dabei Munition so müssen wir erstmal aus dem Dings nehmen nimm mal weg pack erstmal das Messer hier nochmal wieder drauf so Angel hier rein sagten die Munition 163 Schuss und 162 Schuss hm für die Schrotflinte ist eigentlich okay aber für die Pistole würde ich gerne noch ein bisschen mehr herstellen wir haben doch noch genug Zinnbarren oder ja wir haben noch 54 Zinnbarren und Schießpulver sollten wir auch noch ach ja Schießpulver auch noch ein bisschen was gib mal her dann stellen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen ja hier guck mal dreimal schon 96 Schuss also stellen wir nochmal 96 Schuss Revolver Munition ich hoffe das Portal geht jetzt nicht wieder zu 96 Schuss Revolver Munition her weil in der Wüste können wir dann super mit der Pistole hier kämpfen und gleichzeitig unser Sonnenschirmchen tragen und ach komm wenn wir schon mal hier sind dann haben wir nochmal 32 mehr für die Schrotflinte Schießpulver rein Barren raus äh äh Munition mit nochmal kurz gucken alles reparieren kostet nur 2 super war nichts kaputt ok Leute Portal ist offen wir gehen durch Astrolabium Wüste ich bin gespannt wir haben jetzt zwar nicht mehr super viel Zeit in dieser Folge aber wir können ja zumindest schon mal einen ersten Blick riskieren vielleicht schaffen wir es schon zum Feeturm können sich schon mal ein bisschen umgucken vor allem können wir gleich mal gucken ob sich an den Ladezeiten jetzt was getan hat hier das hatten sie ja in einem zwei Updates schon mit drin jetzt dass das deutlich schneller gehen soll in die nächste Welt zu kommen mal gucken oh tatsächlich Leute das ging auf jeden Fall locker 3 bis 4 mal so schnell jetzt wie es am Anfang war und nein wir kommen nachts an wir kommen nachts an das ist natürlich maximal ungünstig hier ist aber direkt der Feeturm und auch gleich ein Echo Leute was ist das? was ist das? was ist das? da kommt was gehübt ok hier haben wir auch gleich Gegner alles klar aber gut dann brauchen wir wenigstens nicht unseren Schirm es ist Nacht das war ja mal gar nichts schon besser oh der ist mir voll reingesprungen selber schuld du bist mitten reingesprungen in den Schuss jetzt haben wir natürlich wirklich Gegnerwellen hier weil wir nachts angekommen sind müssen wir gucken ob wir uns oh einer von der Sorte fällt auch nur einen aus gefällt mir aber jetzt schon hier die Welt auf den ersten Blick und wir sind natürlich gleich neben dem Feeturm das ist natürlich super optimal so jetzt hier haben wir auch schon gleich ein erstes Echo aber es scheint wieder ein Tagebuch Echo zu sein so wie es aussieht ja der Winterhof ok schade ich hätte schon gedacht jetzt hätte mich riesig gefreut dass ich gleich den ersten Bauplan zu finden was sind das für riesen Heuschrecken Leute lad nach ok wir müssen Fasern uns holen paar Fasern paar Stöcke und dann müssen wir uns in den Feeturm im Eingang schnellen Schlafsack aufbauen damit wir die Nacht hier überspringen können jetzt mischt sich das Vieh auch noch mit ein da ja natürlich mischt er sich mit ein was Ida hau den um 300 ja wir können ja mit der Pistole so ein bisschen ausweichen ne der sieht irgendwie ein bisschen anders aus von den Farben der Roboter als die die wir sonst hatten oder es liegt daran dass es jetzt grad dunkel ist wir nicht durchs Portal aus dass wir in Rennen und wir müssen auf jeden Fall gucken Leute nach allen Ressourcen die wir bei uns zu Hause nicht haben hier und auf jeden Fall auch mal wirklich die Augen offen halten nach speziellen Fasern und und Pflanzen achja die schmeißen ja auch immer Teile weg ne Zahnräder und ein Roboterherz so wir müssen ganz kurz mal wo ist unsere Sichel die Sichel rausnehmen damit wir zumindest gleich schon mal hier schnell ein paar Fasern holen können Stöcke brauchen wir auch ein paar das sind hier übrigens alle normale Fasern oder sieht so aus ja das scheint alles normale Fasern zu sein aber wir halten auf jeden Fall die Augen offen nach besonderen Sachen hier das schon mal her das müsste eigentlich schon können wir das das können wir so sammeln müsste eigentlich schon reichen Leute mal gucken dass wir die ganzen Ressourcen noch mitnehmen hier und die Viecher da die gucken wir uns auch jetzt mal kurz an ok nimm doch eher die Fackel raus wie cool Leute riesen heuschrecken oh 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 war ja doch ne Besetzung ach schade nur ne Infusion wieder diesmal ist ein Rezept für die Infusion also sind ja auch Baupläne die wir bekommen aber natürlich hätte ich lieber Baupläne wow das sieht ja mal cool aus wie so ein Loch ne wie so ein als wenn es ein Portal wie das sieht auch aus es ist bestimmt auch ein Portal Ida was sagst du so lass mal das Messer rausholen wo ist das Messer da ja wir bräuchten ein Slot mehr für Werkzeuge was gibt ihr? gebt ihr auch Schittim wie die Käfer ja ne und die geben auch Käferfleisch wo es Heuschrecken sind aber ok ja die sehen aber guckt euch die mal an richtig gut die sieht aus als die die lebt noch aber ne die lebt nicht mehr alles klar Ida wir gucken jetzt da vorne ist glaube ich der Eingang hier und die ne die sollten wir eigentlich auch versuchen mitzunehmen wenn wir die Möglichkeit boah wie cool sieht das ja mal bitte aus die sollten wir eigentlich auch mitnehmen wenn wir die Möglichkeit haben die schmeißen auch Zahnräder weg hebt das auf lag mal nach ja komm die nehmen wir mit die kleinen kleinen Roboter hier oder die Gabenzahnräder ne ja mechanische Zahnräder und rohen Edelstein alles klar so kurz rein hier nimm mal die Fackel raus für den Moment ich hoffe wir haben genug um den Schlafsack ja sehr schön so dann hau hier vorne im Eingangsbereich den Schlafsack rein sehr schön haben wir wieder Tageslicht so guck mal kurz auf den Viehturm hoch das sind ja nur 2 oder 3 Etagen und meistens nur mit einer Welle pro Etage so reiß den ruhig wieder ab erstmal alles klar Ida bist du bereit Viehturm hier gab es hier auf jeden Fall immer Essenzen und oben auf jeden Fall ein Echo der durfte nicht mal richtig ankommen nachladen jeder semmelt hier aber auch immer richtig gut aus den Socken sehr schön das war's schon erste Tür geht auf erstes Essenzbündel ist unser naja immerhin nochmal 19 Essenzen ah alles klar hier müssen wir nimm mal die das blendet grad nimm mal die Fackel doch mal aus der Hand ok müssen wir wieder gucken welcher Reihenfolge es klingelt so hier oben drauf stehen 3 der hinten an der Wand ist auch einer und drunter ist auch einer unten ist 1 2 hinten an der Wand 3 1 2 3 4 5 4 4 4 5 2 3 4 5 4 5 4 ja ist richtig ah wieder voll in die Falle gelatscht so einmal hier rüber Essenzbündel holen und irgendwo unten ist doch jetzt eine Tür auf Ida ist schon durch alles klar wir sind oben drauf boah das nebenan sieht auch mal richtig interessant aus können wir auch mal ein bisschen bei Tageslicht hier über die Landschaft gucken und ich bin besucht vielleicht einiges vielleicht die ollen Bombenwerfer weg hier hier in solchen Bomben bleibst du wohl stehen die Lampen hier auch noch erwischt so wo die Pistole macht auf jeden Fall Laune einer muss noch irgendwo rum da ist er rumrennen haben wir auch ok wir haben alle so hier gibt es jetzt ein Echo so einfacher Esszimmerstuhl sehr gut Leute genau sowas wollen wir haben Einrichtungen Baupläne neue Bauteile und natürlich Waffen und Klamotten so den nehmen wir auch mit den Lotus das sieht auch mal richtig gut aus da hinten ist zwar nur Hintergrund da kann man mit Sicherheit nicht hin aber es sieht sehr cool aus so und lass mal kurz auf die Karte gucken jetzt haben wir ja alles aufgedeckt hier das haben wir da sind wir rein das haben wir Viktor Frankenstein ok alles klar was haben wir hier oben Besetzung, Besetzung da ist ein Fee-Portal sehr cool Essenzhändler haben wir hier da haben wir viel Hilfeaufträge aber die werden wir nicht wirklich oft machen die Hilfeaufträge weil es lohnt sich nicht das ist hauptsächlich um die NPCs die da stehen dann anheuern zu können und man kriegt meistens nur Essenzstaub aus den Kisten da das ist die Mühe eigentlich nicht wert weil man so viel Material oft schleppen muss und dafür dann nur Essenzstaub und keine Baupläne das hier finde ich mal grad viel interessanter Viktor Frankenstein es ist also wirklich so dass hier irgendwie eine Romanfiguren und reale historische Figuren zusammen gemischt werden mit den Fabelwesen ich finde es echt gut Leute diese Welt gefällt mir einfach dieses ganze Setting drumherum die Lore die bis jetzt da ist wie es aufgebaut ist und natürlich auch ähm einfach allgemein dieses Steampunk Setting viktorianische Zeitalter super cool gemacht so ihr Lieben das da drüben sieht sehr sehr interessant aus das ist was ist denn das das ist nochmal eine Besetzung und da ist auch in der Nähe Viktor Frankenstein da unten ist die Besetzung wir gucken mit dem werden wir auf jeden Fall mal ein Wörtchen ich finde das grad mal so cool irgendwie bin gespannt da unten die Riesenheuschrecken Leute aber ich würde sagen wenn ich auf die Uhr klicke müssen was zum Ende dieser Folge komme ich locke jetzt genau hier oben auf dem Türmchen aus und dann geht's nächste Folge hier weiter stürzen wir uns da runter mit unserem Schirm machen da die Besetzung und dann gucken wir mal wie wir da reinkommen und steht da einer oder ob der da drin ist oder ob der draußen irgendwo steht und gucken wir mal was es mit Viktor Frankenstein auf sich hat beim Essence Händler schauen wir auf jeden Fall auch vorbei aber ich würde sagen erstmal machen wir hier ein paar Besetzungen und ein paar von den einfachen kleinen Rätseln und schalten so noch Sachen frei wir haben jetzt schon mal einen schönen Esszimmerstuhl bekommen mal sehen was der Händler hat ich bin auf jeden Fall super gespannt ich finde das grad sehr sehr cool mit den ähm historischen und den Romanfiguren gemischt irgendwie ihr Lieben wie immer vielen vielen Dank fürs dabei gewesen sein fürs zusehen macht's gut bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Mal